Ja Moin Leute und Herzlich Willkommen hier zu einem weiteren Party in Splatoon 2 im Online Modus Diesmal haben wir einfach mal die Nachricht übersprungen Na weil, wie ein Video gibt es überhaupt, außer dass das neue Update gekommen ist Heute oder gestern, je wann das Video dann kommen wird In der Nacht oder in der Früh, 4 Uhr früh, wie dem auch sei, kam ein Update Und zwar ist jetzt der Parapluviator erhältlich Und ohne zu zögern, gehen wir in den Waffenladen zu Arti Für mehr oder weniger wertvolle Informationen zur Waffe Und ich kann ihn sogar schon kaufen, ist doch wunderbar Also, naja, kommt auch vom Preis her drauf an, weil je nach Preis ist auch eine höhere Stufe und so Na mal schauen, ich habe sogar ein bisschen mehr freigeschaltet, ach man Na okay, gut, egal Hallo, hallo, wie kann ich dich bewaffnen? Ich habe hier die feinste Auswahl an Waffen überhaupt Schau dich ruhig um Für dich jetzt im Angebot Zielkonzentrator, mit dem ich nicht, glaube ich, nicht spielen werde, weil ich mit denen nicht umgehen kann Dem Zielkonzentrator wurde dein Zielfernrohr gespendiert Sprachfehler Was seine effektive Reichweite erhöht Allerdings Hast du beim Zielen die Umgebung nicht mehr so gut im Blick Das kann gefährlich werden Außerdem kannst du wegen des Gewichts des Zielfernraus die Waffe beim Schwimmen nicht aufgeladen halten Nicht? Also bei der normalen Snipe ging es auf jeden Fall Naja, okay, na dann Juckt mich sowieso nicht Ja Wenn du aber dein Gegner auf große Entfernung das Leben schwer machen willst, ist das hier das Set für dich Und die Klicksbomben und ein Hochdruckverunreiniger oder im englischen Stingray, weil es besser klingt Ja Sind auch nichts zu verachten, oder? Außerdem ist für dich jetzt dieses Schmuckstück hier verfügbar 3R Schwabber Der 3R Schwabber verteilt seine Tinte in gleich 3 Richtungen auf einmal Das reduziert zwar den Schaden, aber eine schnelle Instabombe gibt dem Gegner den Rest Du selbst wirst geschützt von der Tintenrüstung Ein Zeitverspieler, die färben wollen, aber auch gerne mal den Gegner mitnehmen Außerdem ist für dich jetzt dieses Schmuckstück hier verfügbar Parapluviator Der Parapluviator ist eine neue Waffe, die ein Umdenken beim Kämpfen erfordert Tinte verspritzt du wie gehabt mit ZR, aber hältst du ZR gedrückt, öffnet sich der Schirm und schützt dich vor Angriffen Nur für begrenzte Zeit Hältst du ZR weiter gedrückt, löst sich der Schirm und fliegt los, wobei er weiter Angriffe blockt Sprinkler und Tintenschauer färben die Arena und erhöhen die Mobilität deines Teams Ein ideales Set für Einsteiger, die sich mit dem Pluviator vertraut machen wollen Ja so ein Da muss ich auf jeden Fall schon sagen Ich habe ihn schon off-screen schon ein bisschen getestet Ist ganz nice Reichweiter letzte Szene oder Feuerkraft Haltbarkeit, wofür ist die Haltbarkeit überhaupt, das weiß ich gar nicht Da habe ich wirklich keine Ahnung wofür das jetzt so richtig darstellen soll Aber naja ist ja auch egal Wir fangen direkt an im Online-Modus und wir sehen uns gleich hier in der ersten Runde im Standard-Kampf wieder Also da werde ich es wieder mal wieder machen Zweimal Standard-Kampf, zweimal Rang-Kampf Also wie beim letzten Mal Also wir sehen uns gleich in der ersten Runde Hey Duta Ja du, mit dem irre hohen Rang Du kannst jetzt an Liga-Kämpfen teilnehmen Liga-Kämpfe sind wie Rangkämpfe Allerdings noch ein Stück härter Wenn du dir mit Minus die Regeln angesehen hast Schnapp dir einen Freund oder 3 und leg los Ja das war es auch schon Endlich haben wir es geschafft Hier im Revikan 4 in der Moloskelbude Mit dem Regenschirm Und was mir direkt da eingefallen ist Aufgefallen ist, ne aufgefallen klingt besser Das sofort wo der Regenschirm draußen war Also genau 4 Uhr in der Früh Hat jeder, wirklich jeder in diesem Regenschirm gespielt Das ist irgendwie voll komisch Wenn man in der Anzeige Weil da sieht man ja jetzt hier mehr im zweiten Teil Sieht man ja, wer ja was für eine Waffe spielt Wirklich in der Anzeige Oh Lull Regenschirm ey Das war, ne Das war ein bisschen komisch Aber irgendwie auch lustig Zu dem man ja als Ulti, ja ja Diesen Tintenschauer hat Wird einfach Tintenschauer Vor sich hin gespammt Irgendwie Keine Ahnung Aber lässt sich so ein bisschen auch Wie so eine Pumpe steuern Hab ich so das Gefühl, ne Also wie so ein Äh, na Der allgemeine Begriff fällt mir grad nicht ein Das ist grad nicht passend Aber ich hab schon mal den ersten gekillt Ja wunderbar Aber, wie gesagt, lässt sich eigentlich recht gut steuern Erste Mischung aus ne Pumpe und Schild Ist für kurze Zeit verfügbar Und dann Halt diesen oberen Schirm Halt dieses Teil da Lässt sich kurz ab Und dann ist halt noch so als Einzelwerfer noch da Aber ist dann In kurzer Zeit Wieder verfügbar Ist eigentlich ganz gut Aber wenn halt, äh Jeweils halt das Gegnerteam halt auf diesen Schirm drauf zielt Kann man den halt dann auch nicht mehr so schnell wieder benutzen Glaube ich Oder ich rede einfach nur kompletten Bullshit Und es juckt einfach keinen Aber okay Ich mach's einfach trotzdem Trigger Tower Komm Wollen wir die Gegner mal ein bisschen triggern mit dem Regen Ah, ah, okay, nur ein Hitmarker Das war jetzt keine gute Idee Ihn wahrscheinlich direkt einzugreifen Aber gut Okay Einfach nochmal versuchen Ein bisschen Zeit haben wir ja noch Ah, einer gerade mit dem Jack-Pack unterwegs Er kommt noch Ja Nice Nice Immer ja damit Der einzigste Nachteil ist Wie bei den Schwabern Dass man halt Immer wieder auf Schießen drücken muss Was finde ich jetzt auch nicht so schlimm ist Ah, meine Fresse Aber Aber Naja, okay Aber wenn man den halt als Regen schon benutzen will Dann dauert das ein kleines bisschen Ja, komm, ich greife von hinten Ja, hat dir das gefallen Bei Tinder angespritzt zu werden Ja Ja Ich bin nicht mal gespannt ob wir mal gewonnen haben Aber ich denke mal schon Ich glaube die Hoffnung wird mir gleich genommen Ja Auf jeden Fall Ach Damn Scheiße Naja Naja Gut Ein Versuch Naja Drei Kills Lässt sich sehen Aber es steckt noch ein bisschen mehr Potenzial drin auf jeden Fall Ja Leichten Kleidungswechsel habe ich auch vollführt und gleich erweitert aufs Maximum Mal wenn man schon super Muscheln hat Aber nein, gut Es geht gleich Hier weiter In der nächsten Runde Also, bis gleich Nächste Runde Wieder hier in der Moluskelbude Wieder mit dem Regenschermann unterwegs Klingt irgendwie lustig als Paraplaviator Wer sich diesen Namen ausgedacht hat, ist irgendwie komisch Ich weiß auch nicht warum Im Englisch heißt er einfach Splatambuela Ja, das hat wenigstens was Aber ja, okay, gut Regeln wir uns nicht über den Namen auf Und auch nicht wie sich die Waffe spielen lässt Einfach schon eine recht gute Idee Irgendwie Hm, ich weiß auch nicht Ich hab irgendwie so das Komische Gefühl Dass ich irgendwie die Reichweite irgendwie Keine Ahnung Okay, das war richtig dämlich Das war richtig dämlich Ach Irgendwie mach ich grad echt nur Müll Einer versucht so gleich in der Gegend Der Baste zu landen Ja Komm mal gleich mal verhindern Komm Jetzt kriegen wir doch schon hin Komm, wo ist der Spacken Ja, fühl dich cool Komm, kann er mal sterben Ey, was ist denn los? Der hat unser gesamtes Team ausgelöscht Was ist denn das für eine Honk? Was ist das für ein Honk? Was bildet der sich ein ey? Na Na na, mit einem R-Bursch Ja ja, der scheitert sich ja jetzt echt gut zu Ich hab das Gegner-Team ausgelöscht. Ich hab viel in mein Leben erreicht. Nö. Kommt mir das krasse vor? Oder bin ich ein bisschen überaktiv? Ich hab keine Ahnung, was grad los ist. Aber egal. Es sieht grad auch nicht gut aus. Überhaupt nicht. Man wird hier wieder durchgeengt und dann wird er am... Nicht am sterben. Noch nicht. Okay. Spring doch dahin. Kannst du mal was was? Du zurecht? Ja, 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 klar. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, geil. Gefällt mir, ne? Alles klar. Wahrscheinlich. Komm, komm, töten, 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 töten. What the fuck? Wasch los, Mann? Äh, das ist... Ne, ne. So, ne. Irgendwie läuft's überhaupt nicht so gut. Das ist, äh, naja. Warum aber auch schon irgendwie denken, dass es mal gut laufen könnte. Letzten Tage offscreen ein bisschen gespielt, auch nur und komplett verloren, also. Ich hab schon die Hoffnung irgendwie aufgegeben, irgendwie, als immer da her. Naja. Ach, das ist am Anfang zum Kotzen, ne? Entweder hat man ein beschissenes Team, oder die Gegner sind einfach rotzassi drauf. Beides trifft auf jeden Fall zu. Na gut. Na gut. Das halt nicht. Und... Oh, nur ein Kill. Wow. Toll. Wenigst Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Ah, na gut. Was für ein Timing. Okay. Ich wollte sowieso im Rangkampf machen. Also, ähm, ja. Ach so, ja, der ist die Nachrichten. Ja, sollst man das meiste aber auch überspringen. Ne, 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 ne. Das wird gleich geschnitten. Wir sehen uns gleich im Rangkampf wieder. Perfekt ist Timing hier. Im Ranked Battle. Und zwar mit Apparition Goldfischere. In den Möhränen-Thermen. Wieder mit dem Schirmapparat. Ja, einfach let's go. Einfach mal nach vorne pushen. Und ja, mal wieder ein von G und K. Jetzt weiß ich wenigstens, das soll angeblich unseren Franzosen-Klan sein. Nein, dann ist es auch kein Mund. Ja, als ob das so eine Reichweite hat, dass ich die Barriere sogar treffen kann. Holy shit. Okay, es war auch so ein Höhenabstand, das ist auch klar. Aber trotzdem. Fuck. Ich geh jetzt raus in der Mitte. Obwohl ich das eigentlich nicht machen würde. Den auch. Mein Regenschirm. Wunderbar. Ok, mein Team scheint es ein bisschen... gerade... ...gut zu machen. Mehr oder weniger. Oh, komm schon. Herr mit dem Regen. Ist mir egal, ob ich jetzt sterbe. ja okay dass ich jetzt so lächerlich sterbe das wollte ich jetzt nicht aber okay naja versuch ich war jetzt extra kommen lassen wir sterben ja okay wenigstens das ist wenigstens gut dass sie hier diese team seile oder sapia dr hier hinzugefügt hatten wenn da irgendwelche leute da hoch gehen wollen also einfach schon mal vorausschießen wenn es halt weitergehen kannst du vergessen du kannst ruhig zurückbleiben hier du bist tot gehen anderen weg die zange hier kommst du sowieso nicht mehr hin alter was schlossmann sollen denn es geht ja mal gar nicht also bis jetzt mit unserer 51 sind wir noch recht gut dabei aber es kann sich ja noch ändern in den nächsten drei minuten es geht auf der offensiv dazu jetzt nicht nennen 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 so läuft das nicht ja so haben wir nicht gewettet nennen 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 du fühlst dich hier nicht cool das sehe ich nicht ein müssen unseren stand behalten komm ich bin mit dir jetzt einfach mal dabei ist gerade nicht so gut war ich versuche jetzt einfach scheiß drauf komm wieder hoch scheiß auf die tinte ja neeein was ist denn das mann unverschämtheit jetzt läuft es doch gerade nicht so gut aber wir sind noch im vorteil jetzt haben wir halt die marke haben wir da käme dabei oder was na komm ich nicht so ja für die spügel greifen oben an ja richtig alter weil der scheiß wenn diese erst noch reißen dann finde ich einfach nur lächerlich es geht einfach drum herum ich habe es kein bock jetzt direkt auf die offensiv zu gehen und dann sowieso wird er seelenfroh wird er zu sterben nee verpisst dich nee nee ich hasse es verpisst euch wie ich jetzt schon kämpfer kann nee genau aus diesem grund dass ich eigentlich fast nie wenge spiele es ist einfach nur glück mit dem verkackst du und hast luck und gewinnt es ist einfach nur so lächerlich das ist ohne worte ohne worte einfach nur naja typisch naja gut letzte runde startet genau jetzt oder so ähnlich ja in der letzten runde gehen wir mal hier in der boogelwahl füste mal schauen ob es dann besser läuft ich wills hoffen sturm zur goldfischkanone ihr soldaten ok einen habe ich wenigstens schon mal erledigt das ist wunderbar ja gut ne wenigstens bisschen das war jetzt auch nicht so viel gebracht aber naja wenigstens etwas wahrscheinlich schon den weg freimachen ja völlig cool ne ja hier einen schönen rückzug gehen du zange ja schön von hinten angreifen wunderbar ne ja genau in die fresse jetzt hochgeschoben aber juckt mich jetzt nicht komm macht was raus pusht euch es sieht sehr gut aus ja vorbei ich werde mich jetzt einfach mal nach vorne hinspringen lassen hat es was gebracht ich weiß es nicht naja boah ich manchmal mag diesen pissen wir regen nicht ey das ist boah verpiss dich alter alter ja geht ruhig in eure base ne hier habt ihr nichts zu suchen wir wollen unseren zähler behalten oder halt noch mal reduzieren je nachdem nein alter 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 gleich habe ich es durch mit mir okay gut noch mal aufgeholt ja super jetzt haben können wir vergessen ja hier geht sterben ich mache es halt so geht noch einen anderen weg Ich glaube, wenn man die ganze Zeit springt, ist das überhaupt ne gute Idee, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, Double Kill. Komm, post, 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 geht da vorne. Oh, keine Tinde. Wie, keine Tinde hier. Ich hab genug Tinde. Meine Güte. Doch, Mann. Nervt nicht. Aber ich krieg die Anzeige schnell voll, das ist gut. Ja, hättest du gerne, ne? Alter! Das bringt irgendwie nichts, wenn man einstirbt, aber man ist dann selbst gestorben. Irgendwie. Das bringt mir nicht viel. Okay, auch tot. Komm, das müssen wir hinkriegen. Wenn wir es schon nicht nochmal reduzieren können, dann müssen wir es wenigstens behalten. Komm, komm, komm nochmal hier. Von hinten! Von hinten! Das ist so lächerlich. Das ist irgendwie die Lieblingsstellung oder was? Ey, ne. Einfach nochmal versuchen. Einfach nochmal ran. Wo, wo ist denn der? Hier ganz da hinten. Finkt ja nicht mal viel. Komm. Tod. Gut, egal. Irgendwie. Nee, nix ist hier. Nix ist. Geh einfach sterbend. Du hast hier nichts zu suchen. Das war das hier so Regen. Ah. Ja, gehen wir einfach hier in unsere Base rein. Naja, wobei es ist halt auch keine gute Idee, wenn hier noch das blaue Team hier noch mitspielt. Ja, fühl dich cool. Mach einen Seitensprung. Ja. Okay, wenigstens hat es ein Team mit geschafft, wenigstens jetzt hier zu töten. Das ist sehr schön. Aber wir müssen die Golfrischkanone noch zurückerobern. Ich habe keinen Bock auf Verlängerung. Also, komm, 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 mach hin. Nein, ihr kommt nicht näher nach vorne. Das könnt ihr vergessen. Verpiss dich. Geh weg. Ja, ich hasse es. Ich glaube, so langsam kann ich die Waffe, kann das sein. Tod. Achso. Okay, gut. Ja, danke. Danke. Ah. Ein guter Schluss. Für ein Part. Okay. Cool. Irgendwie, keine Ahnung. Mein Kommentar war heute irgendwie etwas anders als sonst. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. 15 Kills. Oh, ne, 10. Wunderbar, ne. Alles klar. Ah. Willst du dich auch noch sehen. Gib mir die Punkte. Und gut, nicht gut. Ja, geht. Geht eigentlich. Na ja, okay. Dann würde ich sagen, wenn euch die Support gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part. Hier ist bei uns zwei Online. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung. BR 2018